Was geht Jungs? Schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr hier wieder am Start seid. Herzlich Willkommen zurück auf dem Kanal. Letzte Woche habe ich es ja schon so kurz angeschnitten. Es geht jetzt wieder los und heute mit einem Thema, wo ich mir lange Zeit überlegt habe, hey Maxi, pass auf, ist das ein Thema, das wichtig ist für deinen Kanal? Solltest du da nochmal näher drauf eingehen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, das Thema ist wichtig, auch gerade so allgemein für das Thema Männerpflege, für den Auftritt, ist das einfach ein elementares Thema. Du wirst es hier schon im Titel gelesen haben, das Thema Fitness, egal ob Kraftübungen oder Kardiotraining, in vielen Fällen sind es halt einfach die Kraftübungen, ist für mich einfach so ein Thema, was ich für essentiell halte. Und deswegen wollte ich heute dir einfach mal so ein paar Motivationshilfen geben, ein paar Gründe geben, warum du dir vielleicht eben mal überlegen solltest mit dem Kraftsport und mit Fitness oder auch Kardiotraining einfach mal anzufangen. Prinzipiell geht es natürlich darum, dass du deinen Körper so formst, so gestaltest, wie du dich am wohlsten fühlst. Zuallererst natürlich nochmal so sei gesagt, ich bin kein Profibühnenkraftsportler, ich bin kein Arnold Schwarzenegger, ich bin einfach jemand, der seine Erfahrungen mit euch teilt. Ich hoffe, ich kann dir so ein bisschen Motivation heute geben, dir mal zu überlegen, mit dem Sport anzufangen. Gerade so für junge Leute, die jetzt einfach so in ein Alter kommen, wo sie sich überlegen, hey, bin ich mit meinem Körper so zufrieden oder gibt es einfach etwas, was ich vielleicht ändern möchte? Gibt es eben, ja, spezielle Sachen, die ich vielleicht an mir ändern möchte? Und das ist dann auch schon gleich so der erste Punkt, mit dem du dich eben selber beschäftigen musst, bevor du eben überhaupt anfängst mit dem Sport. Und dir ist ja jetzt egal, ob du ins Fitnessstudio gehst oder ob du deine Übungen zu Hause machst. Denn wenn wir mal ehrlich sind, gerade so in Corona-Zeit hat jeder von uns gemerkt, dass man so die Basic-Übungen, essentielle Übungen, die wichtig sind, auch viel ja zu Hause machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach zwei Handeln mit ein paar Gewichten kauft, damit du dich eben steigern kannst oder einfach eben vielleicht noch eine Stange dazu kaufst, kannst du so viel machen. Und selbst wenn du dir sagst, nur ich möchte mir gar nichts kaufen, kannst du dir mit Wasserflaschen oder sonstigen einfach eher schwereren Gewichten auch viel basteln. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Die erste, ja, Motivation, die eben wichtig für uns alle ist, ist eben ja die Frage nach dem Ziel, das du eben überhaupt hast. Und das ist dann natürlich auch so das Erste, was dich ein Trainer im Fitnessstudio fragen wird, wenn du dich dazu entschließt, das erste Mal dorthin zu gehen, welches Ziel hast du denn überhaupt? Jeder von uns hat andere Ziele. Ich zum Beispiel bin das erste Mal ins Fitness gegangen, kam da gerade frisch aus dem Krankenhaus raus, wog 33 Kilo, das ist kein Scherz. Ich sah wirklich so schlimm aus. Also für mich, dass ich mich nicht getraut habe, in den Spiegel zu schauen. Ich habe immer so ein Handtuch vor den Spiegel eben gehalten, wenn ich aus der Dusche rauskam, damit ich mich nicht selber sehen muss. und habe mich dazu dann eben einfach entschlossen, hey Junge, pass auf, willst du dir dein Leben lang das Handtuch vor den Spiegel halten oder willst du jetzt was an dir ändern? Und wenn du was ändern möchtest, dann tue es jetzt. Das Ziel, das du eben erreichen möchtest, egal ob du jetzt wie ich zunehmen willst oder ob du jetzt vielleicht eben ja einfach abnehmen willst oder ob du dir jetzt vielleicht sagst, nee, pass auf, ich will einfach an meiner Stärke arbeiten, ich möchte stärker werden, ich möchte viel drücken können, möchte mehr Kraft haben oder ob du dir eben sagst, pass auf, ich war gestern mit meinem kleinen Fifi draußen und habe nach zwei Schritten im Wald gemerkt, dass ich einen Herzinfarkt fast kriege, dass du vielleicht ein bisschen an deiner Cardio eben ja arbeiten möchtest. Egal welches Ziel du hast, du wirst merken, das Ziel erfordert lange Arbeit. Das Ziel erfordert eben ja ein Durchhaltevermögen. Und dieses Durchhaltevermögen ist für mich so dieses Großartige, was dich eben so dieser Fitnesssport eben auch lehrt, lange an einer Sache dran zu arbeiten. Auch ja mit der Erkenntnis, dass es die ersten Tage, die ersten Wochen, vielleicht auch Monate erstmal keine Fortschritte geben wird. Das werden alle von uns kennen, die vielleicht in Form länger Sport machen. Wenn du das erste Mal anfängst, dann hast du nicht gleich solche Fortschritte, wo du eben gleich motiviert bist, weiterzumachen. Du musst eben wissen, dass du die ersten Tage, ersten Monate erstmal vielleicht noch nicht so viel sehen wirst, aber dein Körper arbeitet trotzdem schon kontinuierlich. Wenn du dann aber irgendwann die ersten Fortschritte eben siehst, dann ist natürlich die Motivation umso größer und du wirst natürlich eben noch stärker, noch eben ja heftiger an dir arbeiten. Aber so dieses Durchhaltevermögen, diese Erkenntnis, mal lange an einer Sache zu arbeiten, lange an etwas dran zu bleiben, das ist so das Großartige, was dich eben dieser Fitnesssport lehrt, weswegen ich es auch so wichtig finde, sich damit auf jeden Fall mal zu beschäftigen, um eben so diese Motivation aufrecht zu erhalten. Da suchst du dir, wie ich es eben gerade schon erwähnt habe, eben dein Vorbild, schaust dir das regelmäßig eben an und wirst eben dadurch motiviert, natürlich so einzelne Dinge wie Musik, spezielle Musiktracks, die dich vielleicht in irgendeiner Situation mal ja beeindruckt haben, die dich dazu ja verleitet haben, an dir zu arbeiten, die dich schon mal motiviert haben, die würde ich in deiner Playlist, irgendwie Motivationsplaylist oder so speichern, die würde ich eben immer abspielen, wenn du dir das Gefühl kriegst, boah, ich habe heute keinen Bock an mir zu arbeiten, ich habe heute keinen Bock zum Sport zu gehen, dann hau dir diese Musik rein, schau dir dein Vorbild an und auch ganz wichtig ist, egal ob du jetzt eben schon massive Fortschritte hast oder eben noch nicht, ich würde mir immer sagen, pass auf, ich habe dies und dies geschafft, zum Beispiel, ich habe so und so viel zugenommen oder abgenommen, also wird es doch auch easy sein, eben dann die nächste Zahl eben abzunehmen. Zum Beispiel, du hast drei Kilo zugenommen, komm, dann schaffst du auch die vier, du hast vier Kilo zugenommen, komm, dann schaffst du auch die fünf, sowas zum Beispiel ist auch eben immer ganz gut, um sich selber eben zu motivieren. Natürlich auch eine Riesenmotivation, um mit dem Sport anzufangen, mit dem Fitness anzufangen, ist natürlich ja dein Wohlbefinden, denn jeder von uns wird eben merken, wenn er regelmäßig mit seinem Sport anfängt, wird sich das allgemeine Wohlbefinden natürlich eben verbessern, du wirst dich stärker, fitter fühlen, bist besser gelaunt, aber ich kann jetzt auch mal so spezielle Situationen ansprechen, die ich eben einfach großartig finde, zum Beispiel, wenn du jetzt vielleicht wie ich einfach so der bist, der ganz gerne morgens vor der Arbeit oder sonst wo trainieren geht oder vor der Schule oder sonst wo trainieren geht, dann wirst du eben immer im Kopf haben, nachdem du dann eben trainiert hast oder bevor du eben zum Training gehen möchtest, ich habe oder werde jetzt schon für den ganzen Tag etwas für meinen Körper leisten, sodass mein Körper dann über den ganzen Tag dann schon für mich arbeiten wird. Wenn du jetzt eben vom Sport an morgens kommst, hast du dann eben den ganzen Tag, wenn du dann eben dann zur Arbeit oder so gehst, hast du dann im Kopf, hey, ich habe heute schon richtig was geleistet für meinen Körper, ich habe ja heute so etwas geleistet, dass mein Körper jetzt für mich arbeitet, dass mein Körper jetzt richtig für mich schuftet. Und so dieses Gefühl im Kopf zu haben, mein Körper schuftet gerade, mein Körper arbeitet gerade für mich, mein Körper verändert sich jetzt gerade, weil ich heute schon etwas gemacht habe, das über den ganzen Tag finde ich ein großartiges Gefühl. Aber natürlich auch für die Abend, ja, Trainierenden ist es ja eigentlich das Gleiche, wenn du abends deine Übungen machst, abends richtig dich auspowerst und dann eben danach was isst und dann eben schlafen gehst, hast du natürlich auch das gleiche Gefühl, dann ein schönes Gefühl, wenn du pennen gehst, aber vor allem dann auch das Aufstehgefühl ist auch sehr, sehr schön. Dann nach dem Aufstehen kannst du dir immer in den Kopf rufen, hey, ich habe gestern Abend richtig mich ausgepowert, richtig trainiert und jetzt schuftet mein Körper für mich, jetzt arbeitet mein Körper für mich, weil ich eben was geleistet habe. Das sind für mich so die Key-Momente, die ich sehr, sehr wichtig finde und die auch super, ja, eine super Motivation sind und großartig, ja, sind, damit du dein Ziel weiterhin verfolgst. Und das sind auch so Momente und Wohlfühl-Momente, die ich auf jeden Fall wichtig finde und die ich dir auch, ja, auf jeden Fall da empfehlen kann, dass du da mit dem Sport eben anfängst, weil du solche Momente auf jeden Fall auch erleben solltest und sie sollte jeder von uns eben auch erleben. Natürlich dann auch so generelle Punkte wie die Ernährung. Ich denke, jeder, der ein Ziel hat, wird sich im Klaren sein, dass er für dieses Ziel dann eben auch passend die Ernährung gestalten muss. Für mich so allgemein dieses Ernährungsthema sorgt natürlich zum einen dafür, dass du dich auch natürlich über die Zeit hin viel wohler fühlen wirst, gesünder fühlen wirst, aktiver fühlen wirst. Natürlich, dass du eben auch fitter, aktiver aussiehst, jetzt natürlich vom einen, ja, vom Körper her, aber vor allem auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Haut, Haare. Das sind ja auch eben alles so kleine Themen, die sich natürlich verbessern, wenn du dir eben deine Ernährung gesund, deinem Sport anpasst. Auch so ein Thema, was ich großartig finde, auch so eine Motivation, die auch dafür eben ja für diesen Sport ist, warum du auf jeden Fall damit anfangen solltest. Also auch so ein Motivationsgrund, ja, um mit dem Sport anzufangen, ist einfach so, ja, dein gesamtes Erscheinungsbild wird sich automatisch eben in allen Lagen eben verbessern, wenn du eben damit anfängst, wenn du das komplett durchziehst. Ich denke mal, auch so eine große Motivation ist natürlich so die Zukunft, denn ja, natürlich, wenn du dir jetzt zum Beispiel sagst, du bist sehr, sehr, sehr untergewichtig, wie ich zum Beispiel, oder du bist jetzt halt vielleicht etwas eher übergewichtiger, natürlich, jeder, ne, steht jedem frei, sich selber zu sagen, ich fühle mich in meiner momentanen Situation pudelwohl, brauche da nichts zu verändern, aber natürlich sollte man auch immer, oder finde ich es eigentlich immer ganz gut, auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu gucken, hey, wenn ich so und so jetzt weitermache, was kann passieren, welche Risiken sind dann eben höher als bei anderen, da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiterzumachen, dass jetzt entweder, wenn du sehr, sehr dünn bist, oder wenn du jetzt einfach ein bisschen mehr auf den Rippen hast, dass du natürlich bestimmte Risiken dann eben auch im Alter hast, und das ist eben auch so, eben so eine große Motivation, und das ist natürlich auch eben immer so eine große Motivation, sich zu sagen, hey, pass auf, ich möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel eben ins Alter komme und wenn ich vielleicht mal in eine Zeit komme, wo ich eben nicht mehr arbeiten muss, oder so, und wenn ich mehr Freizeit habe und wenn ich mir da eben sage, hey, ich möchte auch in dieser Zeit fit sein, ich möchte nicht viele Wehwehchen haben, ich möchte nicht irgendwie wegen, ja, verschiedenen Problemen eben immer ins Krankenhaus müssen oder möchte eben auch noch länger leben, vielleicht auch so ein Punkt, aber vor allem, ich möchte eben auch im Alter eben ja noch fit und vital sein, alles eben ohne Probleme machen können, dann ist das natürlich eben auch ja so ein wichtiger Aspekt, dass man sich natürlich da zwangsläufig mit dem Sport eben, mit der Kräftigung eben beschäftigen muss, ist natürlich für mich eben auch immer so eine große Motivation, wenn ich mich eben mal selber in ein spezielles Alter eben versetze und eben immer so vergleiche, was mache ich jetzt, wie bin ich jetzt drauf, welche Probleme habe ich jetzt und wie kann ich was eben dann verbessern, sodass das vielleicht in ein paar Jahren dann eben anders ist, auch so ein wichtiger Punkt, den man sich auch immer so im Kopf behalten sollte, wird aber sicher eben, denke ich, auch jeder von euch machen. Ich würde mich freuen, wenn du mal in die Kommentare schreibst, was so eben so deine Motivationsgründe sind, bist du eher so der Typ, der sich sagt, hey, ich habe ein Vorbild und ich möchte so aussehen oder bist du halt eher der Typ, nee, ich möchte eher kräftig sein, ich möchte stark sein, ich möchte so und so viel stemmen können, ich möchte jede Woche eben, ja, eine Zahl eben auf meiner Stange eben haben, an Gewichten, die sich eben kontinuierlich erhöht oder bist du einfach eben der, der sich sagt, nee, ich möchte so und so lange eben laufen können, ich möchte meine Cardio verbessern, ich möchte eben richtig, richtig fit sein, sodass ich eben beim Ironman mitmachen kann, schreib mir da gerne mal in die Kommentare, was so deine Motivation ist. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat, wenn es dir gefallen hat, dir die Nase hier vor der Kamera sympathisch war, lass mir gerne ein Abo da. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche, hab eine gute Zeit, bis zum nächsten Video und ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Mal wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal.